Was ich damit sage, ist es nicht so gut, als wenn man es nicht mit einem openen, warmen Herz zu sein, dass es viel besser ist, mit diesem offenen Herz zu sein, dass es viel besser sein, als Dinge zu tun mit Widerstand. Auch gegenüber einer Person ist es eine sehr viel größere Gabe, mit dieser Offenheit, ein paar Tränen und ein offenes Herzen, dieser Person gegenüber zu treten, zum Beispiel, als für sie etwas mit Widerständen zu tun. Ich denke, wir haben in unserem Leben gelernt, Dinge nicht zu machen, wenn du keine Lust darauf hast, es zu machen, wenn du das Gefühl hast, du solltest es machen, wenn du das Gefühl hast, du solltest es machen, du bist wirklich du selbst nicht in deiner besten Laune, nicht in deinem Raum. Du folterst dich eigentlich selbst. Dann ist es gut, es nicht zu tun. Dann ist es gut, es nicht zu tun. Und auch wir müssen lernen, die anderen nicht darum zu bitten, wenn jemand es nicht tun möchte. Weil du weißt letztendlich, es ist nicht richtig. Weil du folterst die Natur. Du folterst den Fluss. Du folterst diesen Raum und das Licht. Du blockierst die Kreativität, du verdunkelst das Licht. Du verdunkelst den Raum. Ja. Es wird nicht... Whatever kommt aus dem Raum, sogar temporär, artificiell, sogar etwas, was aus dem Raum produziert wird, ist es nicht Spaß. Was immer daraus entsteht, auch wenn es für eine Zeit lang künstlich irgendetwas daraus entsteht, es ist nichts Freudvolles. Wenn du damit Geld verdient hast, es ist kein gutes Geld. Wenn du damit Geld verdient hast, es ist kein gutes Geld. Wenn du dadurch schaffst, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, es ist keine freudvolle Beziehung. Ich will dich, weil sonst werde ich sterben. Und all diese verrückte, romantischen Lieder. Also, okay, ich bleibe mit dir, bitte stirb nicht. Ich glaube dir, das macht Spaß? Zu wissen, dass jemand mit dir ist, nur damit du nicht stirbst, für immer. Das ist ganz klar keine freudvolle Beziehung. Nicht für dich, für sicher nicht für die andere Person. Ich denke wir müssen lernen, auch nicht diese Forderungen zu stellen, aber zuzulassen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Dية Euro И. Untertitelung des ZDF, 2020